Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. GZ-finanzierte Werbung für deutsche Redereien auf der ARD. Und zwar geht es um verrückt nach mehr. Gestern war die Kreuzfahrtwelt etwas verrückt geworden, weil es eine Meldung dazu gab und ich fand sie eigentlich ganz interessant und spannend und sogar auch gut. Aber einige andere sind da komplett ausgerastet in ihrem Wahn und haben echte Ängste gehabt um ihr Leben. Scheinbar, wenn man das so liest, was da bei Facebook so abgesondert wird. Ja, das Ganze hat ins Rollen gebracht. Plantours mit einer Meldung gestern. Ab September 2019 werden 50 Folgen an Bord der MS Hamburg gedreht. Und zwar verrückt nach mehr. Das heißt, unterm Strich, Phoenix Reisen kriegt ein paar Ausstrahlungstermine weggenommen. Dafür wird die MS Hamburg gezeigt und das war es im Prinzip auch schon. Also es gibt eine neue Produktionsfirma und zwar ist es die Firma Fandango. Die fährt mit der MS Hamburg und die drehen eben 50 Folgen verrückt nach mehr auf der MS Hamburg. Mit dem Kapitän Igor Gaber, der im Übrigen ein sehr geiler Typ ist. Der ist kein Morten Hansen, aber er ist ein super, super guter Nautiker, ein super, super toller Mensch. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so schlimm werden wird, dass man sich das nicht anschauen kann. Und im Prinzip kann man das sehen, wie die Tatortfolgen. Es gibt ja auch irgendwie Tatort Hamburg, Tatort München. Und so ist es eben verrückt nach mehr MS Hamburg und verrückt nach mehr Phönix Reisen. Die tauschen jetzt ständig die Schiffe durch. Jetzt ist MS Amera in Dienst gestellt worden. Und damit die auch nachher verkauft wird, ist MS Amera eben auch das Schiff für verrückt nach mehr. Worauf im Moment, glaube ich, auch gedreht wird. Die ist ja gerade in die Tage getauft worden. Ja, für Plantours ist das was Neues. Die ersten Folgen von verrückt nach mehr mit der MS Hamburg werden ausgestrahlt im Frühjahr 2020. Auf dem gewohnten Sendeplatz um 16.10 Uhr. Das heißt, wenn dann die Hamburg Folgen laufen, gibt es eben keine Phönix Folgen. Aber ich denke, so ein bisschen Abwechslung tötet da auch niemanden. Und die Hamburg ist wirklich ein tolles Schiff. Und die Routen, die sie fährt, ist toll. Hier heißt es, dabei nimmt die MS Hamburg Kurs auf die paradiesische Inselwelt der Karibik und die faszinierende Küste Brasiliens. Die reisen des Schiffes auf den großen Seen in den USA und Kanada. So wie später sogar durch die Antarktis stellen weitere spektakuläre Highlights der geplanten Dreharbeiten dar. Ja, Phönix kommt nicht in die Antarktis. Von daher finde ich das ganz geil, weil der Antarktis wirklich richtig gut ist. Ich war mit Igor Gaber und Borobiov damals in der Antarktis. Er ist sehr eiserfahren und ich glaube, dass gerade diese Sendungen extrem gut werden in der Antarktis. Ja, was sagt Phönix dazu? Wir finden das natürlich nicht so geil und sagen dann, ja, die Leute sind dann bestimmt verwirrt, weil es sind ja Morten Hansen, Bernd Warlich und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis, die die Sendung ausmachen. Ich glaube ja, dass man dadurch, dass man jetzt auch mal was Neues zeigt, ganz viel neues Publikum dazu gewinnen kann und die Sache jetzt dadurch nicht schlechter, sondern tatsächlich besser wird. Ich habe Verrückt nach mir einmal gesehen mit Phönix und fand das so todlangweilig und gestellt und schlimm, dass ich es nie wieder eingeschaltet habe und auch überhaupt gar kein Verständnis dafür habe, dass Menschen sich da immer hinsetzen und das hochfeiern bis in den Himmel und noch weiter. Und ich würde mir wünschen, dass das bei der MS Hamburg irgendwie alles ein bisschen runder und realistischer und so wird und nicht so ein gekünstelter Käse. Ich finde sowas immer ganz schlimm, auch das Traumschiff. Das finde ich persönlich fürchterlich, aber hat alles ja seine Anhänger. Von daher glaube ich, ist es gut, dass auch mal was Neues dazu kommt. Die Hamburg ist ein ganz tolles Schiff, gefällt mir gut. Plantour, es fährt extrem gute Routen, dadurch zeichnen die sich auch aus. Ja, und wie gesagt, Phönix findet das jetzt natürlich nicht so gut und sagt, hier, Moment, bleibt alles beim Alten, bewegte Zeiten, wird weiterhin auf unseren Schiffen drehen, in dem Fall jetzt auf der Amera. Und die Drehtermine für 2020 stehen auch für Phönix schon und bis zur Folge 500 wird auf jeden Fall produziert, sagt Benjamin Krumpen, das ist der Chef von Phönix Reisen. Also es ändert sich am Ende des Tages im Prinzip gar nichts für die Leute, die sagen, ich würde gern verrückt noch mehr mit Phönix sehen. Es ändert sich nur für die anderen Leute, die sagen, das fand ich jetzt bisher nicht so geil, da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, sich das nochmal anzuschauen. Im besten Fall wird das richtig gut, im schlechtesten Fall ist es halt nicht so gut, dann muss man es auch nicht gucken. Aber man hat jetzt zumindest ein zweites Schiff, eine zweite Crew, die man da begutachten und beobachten kann. Und da wir das alle mitfinanzieren über die GEZ-Gebühren, ist es doch eine ganz tolle Sache, dass die Leute, die es jetzt nicht so geil finden, vielleicht eine Möglichkeit finden, das vielleicht jetzt besser finden zu können oder es halt wieder aus dem Fenster geworfen ist, Geld. So ist es im Moment für mich, weil ich finde es jetzt nicht so geil, habe ich ja gesagt. Und ich kenne auch einige, die es genauso wenig geil finden, aber ich finde auch ganz, ich habe schon ganz viele Leute getroffen, die da hellauf begeistert sind und für verrückt noch mehr fast töten würden. Deswegen, ja, so geht es den Leuten wie den Menschen. Jeder findet irgendwie was anderes gut und so sollte das auch sein. Deshalb glaube ich, dass das mit der MS Hamburg eine gute Idee ist, vor allem in der Antarktis. Das finde ich sehr geil, da freue ich mich sehr drauf. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.